Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute möchte ich euch ein Programm vorstellen, das nennt sich Exirephoto. Und Exirephoto ist ein Programm, was sehr viel kann. Es geht vor allem um die Bildverwaltung und um die Bildsuche. Das heißt, wenn du sehr viele Fotos hast, dann kannst du mit Exirephoto ganz schnell und einfach und das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz deine Fotos vertaggen. Und auch wiederfinden und das ganz schnell. Wie das genau funktioniert, möchte ich dir jetzt in dem folgenden Video zeigen. Viel Spaß. Das ist die Oberfläche von Exirephoto und ich habe jetzt hier im Vorfeld mir schon mal einige Fotos reingeladen, mit denen ich schon länger jetzt gearbeitet habe. Und die werden hier tatsächlich in dieser Ordnerstruktur angezeigt. Also dieses ganze Programm ist im Endeffekt ähnlich aufgebaut wie andere Bildbearbeitungsprogramme bzw. Bildverwaltungsprogramme, wie zum Beispiel Lightroom oder Bridge. Wo man jetzt hier rechts und links jeweils so verschiedene Spalten hat, wo man Einstellungen treffen kann und wo man halt auch seine Bilder finden kann. Und wir haben hier oben nochmal eine Leiste, wo verschiedene Ansichten auch nochmal zu finden sind. Und in der Mitte, da finden wir die Fotos. Die kann man jetzt entweder in so einer Grid-Ansicht sich angucken oder wenn ich jetzt hier auch doppelt draufklicke, dann auch in die Einzelbild-Ansicht. Dann hat man jetzt hier oben nochmal die Möglichkeit, dieses Bild zum Beispiel zu bewerten. Man kann dem Bild verschiedene Labels geben. Das kennt man so ähnlich aus Lightroom zum Beispiel. Da kann ich ja auch mit Sternenbewertungen arbeiten oder auch mit diesen farbigen Labels. Und dann habe ich jetzt hier unten die weiteren Bilder. Ich kann jetzt hier also durchscrollen mit der Maus und dann auch hier weitere Bilder mir anzeigen lassen. Wenn ich jetzt hier oben auf Schließen gehe, dann komme ich wieder in die Grid-Ansicht rein. Ich habe hier die Möglichkeit zu zoomen und so weiter. Also ja, ich kann alles Mögliche einstellen, wie ich die Bilder angezeigt haben möchte. Ich klicke jetzt hier erstmal wieder auf Schließen. Und jetzt hier auf der linken Seite, hier findet man die Ordnerstruktur. Das heißt, hier habe ich meine Bilder, meine Ordner schon hinzugefügt. Also ich bin jetzt hier zum Beispiel in Island gewesen. Hier sind meine ganzen Island-Bilder drin. Die sind auch von Tag zu Tag nochmal geordnet. Dann war ich in den Dolomiten unterwegs, habe hier viele Fotos gemacht. Ich war in Bayern unterwegs oder auch in Dubai. Ich habe Hochzeiten fotografiert. Und all diese Bilder habe ich jetzt hier schon in das Programm eingespielt. Und man muss dazu sagen, wenn so ein Haufen Bilder eingespielt werden, wenn du jetzt zum Beispiel eine Sammlung von 100.000, vielleicht sogar 200.000 Fotos hast, dann solltest du vielleicht dir ein paar Stunden Zeit nehmen, beziehungsweise dem Programm ein paar Stunden Zeit geben, diese Bilder dann zu importieren und vor allem auch zu analysieren. Denn da kommen wir jetzt gleich zu. Das ist ja dann eigentlich das große Herzstück dieses Programms. Aber ich möchte dir nur schon mal am Anfang sagen, sei nicht enttäuscht oder wütend, wenn du deine komplette Bildbibliothek jetzt hier einspielst und das ein paar Stunden dauert. Weil das wird definitiv so sein. Ich würde dir empfehlen, das Ganze über Nacht machen zu lassen. Ja, also abends einfach das Ganze einstellen, dass du diese ganzen Bilder importieren möchtest. Und dann wird Exire-Foto über Nacht deine Bilder importieren. Und das Wichtige jetzt, es wird sie analysieren und automatisch auch vertaggen. Das können wir uns jetzt einfach mal anschauen hier. Ich habe jetzt an diesen Bildern noch nichts gemacht. Ich habe die einfach jetzt erstmal nur eingespielt. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel dieses Bild hier mal anklicken. Und dann siehst du auch schon, dass hier Stichwörter schon vorhanden sind. Und das sind alles Stichwörter, die Exire-Foto hier an dieser Stelle automatisch eingetragen hat. Also wir sehen hier auf diesem Bild zum Beispiel ein Gesicht. Wir sehen eine Person. Das Ganze ist romantisch. Es ist eine Hochzeit. Also auch das wurde offensichtlich erkannt. Küssen. Jetzt in dem Fall hier sehe ich keine Person, die sich küsst. Aber es ist ja eine Hochzeit. Da gehört das Küssen vielleicht auch mit dazu. Profilansicht ist auch vorhanden hier von der Person. Und man sieht ein Gesicht. Das ist auch dieses Gesicht hier. Ja, theoretisch hier im Hintergrund auch noch ein Gesicht. Das ist aber relativ unscharf. Deswegen würde ich das Ganze jetzt hier mal so gelten lassen. Klicken wir uns einfach mal weiter durch. Ich gehe jetzt einfach mal auf dieses Bild. Auch hier wieder ein Gesicht, eine Person. Es ist kontrastreich. Ja, wir haben hier sehr helle Bildbereiche. Wir haben sehr dunkle Bildbereiche. Wir haben wieder ein Gesicht, was man hier sieht. Hier sind viele Gesichter auch unscharf zu erkennen. Aber wie gesagt, die sind sehr unscharf. Und wir sind auch wieder in der Profilansicht drin. Gehen wir mal ein bisschen weiter hier durch. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Gruppenbilder. Und hier sieht man jetzt auch wieder Gesicht, Person, Gruppe. Auch wird erkannt, dass es eine Gruppe ist, dass es eine Hochzeit ist. Es wird auch erkannt, dass hier eine Braut steht. Frontalansicht, romantisch wieder. Wir haben weiblich, wir haben Personen, die lächeln. Wir haben männliche Personen mit drauf. Wir haben männliche Personen mit einem Bart drauf. Hier der Bräutigam trägt Bart. Die Augen sind offen. Das sind Erwachsene. Also hier wurde wirklich schon eine ganze Menge automatisch hinzugefügt. Und das ist eigentlich auch die große Stärke von dem Programm. Dass dieses Programm wirklich jedes Bild analysiert und erkennt, was auf diesem Bild drauf ist. Und das ist die große Stärke, weil normalerweise müsste ich ja jedes einzelne Bild mir vornehmen und jedes einzelne Bild mit solchen Stichwörtern versehen, wenn ich denn damit arbeiten möchte. Und das übernimmt jetzt dieses Programm ja automatisch. Was aber natürlich nicht heißt, dass wir das auch manuell im Nachgang noch erweitern können. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte noch ein Stichwort hinzufügen, weil jetzt hier an dieser Stelle zum Beispiel das Stichwort Hochzeit ist mit drin. Aber Brautpaar könnte man zum Beispiel noch mit dazu packen. Und das werde ich jetzt einfach mal tun. Brautpaar. Ja, gibt es hier auch schon als Vorschlag. Und dann füge ich das hier entsprechend noch hinzu. Und jetzt haben wir hier dann natürlich auch noch Brautpaar als Stichwort mit drin. Das heißt, ich kann natürlich auch nicht nur Stichwörter hinzufügen, sondern auch Stichwörter rausnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sagen möchte, Person, ja, das sind ja mehrere Personen, nehme ich einfach mal raus jetzt als Beispiel. Dann kann ich natürlich auch das tun. Und ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mir mal ein anderes Foto auswähle, scrollen wir mal ein bisschen weiter durch. Ja, wir haben hier viele Gruppenbilder gemacht vor der Kirche. Aber hier zum Beispiel hatten wir gerade ein paar Detailshots. So was zum Beispiel. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel mal noch ein Stichwort weiß hinzugeben. Bestätige einfach mal mit OK oder aber auch Ringe, weil wir haben jetzt hier zum Beispiel unsere Hochzeitsringe noch mit dabei. Deswegen Ringe gibt es hier auch mal ein OK. Und dann haben wir jetzt hier auch dieses Stichwort mit drin. Ich kann jetzt hier auf einzelne Stichwörter auch raufklicken und dann werden mir alle Bilder angezeigt aus meinem Katalog, die dieses Stichwort beinhalten. Also zum Beispiel Blumenstrauß. Klicke ich einmal drauf, zack, dann werden mir aus allen Ordnern, die ich hier habe, die entsprechenden Fotos angezeigt, wo ein Blumenstrauß drauf zu sehen ist. Und wenn ich mir das jetzt hier mal so angucke, ja, auf jedem Bild, was ich jetzt hier gerade sehe, ist ein Blumenstrauß drauf. Also das funktioniert echt gut. Muss ich echt sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich scrolle jetzt hier mal durch, ob es irgendwo ein Fehler gibt. Aber ich sehe es im Moment nicht so. Ich sehe überall hier tatsächlich ein Blumenstrauß. Und natürlich kann ich jetzt auch hier reingehen und mir zum Beispiel andere Stichwörter heraussuchen beziehungsweise auch nach ganz bestimmten Themen suchen. Also wenn ich jetzt hier mal auf Xire zum Beispiel klicke, dann könnte ich hier reingehen und dann siehst du auch, dass jetzt hier verschiedene Kategorien sind, die ich mir angucken kann. Wie zum Beispiel hier Natur. Da haben wir insgesamt 3.245 Bilder, die irgendwas mit Natur zu tun haben. Und das wird dann nochmal aufgeschlüsselt. Aufgeschlüsselt in Gewässer zum Beispiel. Da haben wir dann 654 Bilder, die was mit Gewässer zu tun haben. Oder Wolken. 168 Bilder mit Wolken drauf. Schauen wir einfach mal rein. Hier haben wir Fotos, die tatsächlich alle irgendwo dramatische Wolken beinhalten. Hier zum Beispiel. Das ist jetzt ein Fehler. Das wird falsch erkannt. Das ist eigentlich ein Wasserfall. Da stehe ich direkt vor einem Wasserfall. Das wird jetzt hier als Wolken erkannt. Also da könnte ich jetzt zum Beispiel wieder reingehen und sagen, ja, ich möchte dieses Stichwort hier rauslöschen, weil das halt nicht stimmt. Genauso wie Himmel. Das stimmt halt nicht. Und jetzt könnte ich hier in die einzelnen Bilder reingehen und das halt überall machen. Aber wie gesagt, das kostet nicht so viel Zeit, als wenn ich jetzt in jedes einzelne Bild reingehen würde und das dann da angehen müsste. So, dann können wir mal gucken, was Insel hier zum Beispiel sagt. Ja, hier haben wir dann auch so kleine Felsformationen oder hier sowas, was so als Halbinsel irgendwie gilt. Wir können mal gucken, was unter Wiese kommt. Da siehst du auch viele Bilder, die jetzt hier im Vordergrund Wiese haben. Hier war ich in den Dolomiten zum Beispiel unterwegs. Und dann können wir weiter gucken. Hier kommen wir wieder Blume zur Blumenstrauß zum Beispiel. Diese Ansicht hatten wir gerade eben schon. Gänseblümchen können wir mal gucken. Ja, hier haben wir so eine Art Gänseblümchen im Vordergrund zumindest. Wir haben Fotos mit einer Palme drauf. Ja, hier in Dubai zum Beispiel haben wir eine Palme. Ich weiß nicht genau, was in dem Bild hier als Palme erkannt wird. Aber du siehst, es funktioniert wie gesagt nicht 100%, aber es funktioniert schon echt gut. Also dafür, dass wir jetzt wirklich hier ein Programm haben, was komplett auf einer KI basiert, auf einer künstlichen Intelligenz, ist das schon echt phänomenal. Dann haben wir hier natürlich auch eine ganz große Gruppe Personen. 2554 Bilder mit Personen drauf. Wenn ich jetzt hier mal so durchscrolle, ja, natürlich überall sind hier Personen mit drauf. Hier kann ich auch wieder reingehen und das Ganze, ja, noch weiter unterteilen lassen. Zum Beispiel Gesicht. Oder ich habe auch 919 Bilder mit einer Gruppe drauf. Ja, sieht man auch hier schön. Das sind alles Gruppenbilder in irgendeiner Art und Weise. Ja, die sind alle bei den Hochzeiten, verschiedenen Hochzeiten entstanden. Aber es sind überall viele Menschen drauf. Und das ist ja dann immer eine Gruppe zum Beispiel. So, dann habe ich hier zum Beispiel Küssen. Alles Personen, die sich irgendwie küssen. Ja, hier oben wird sich nur umarmt. Hier wird sich nicht geküsst. Aber das sind alles hier Bilder, wo Brautpaare sich zum Beispiel küssen. Ja, oder kurz davor sind oder in einer innigen Stimmung irgendwie sind. Also, das funktioniert auch schon echt gut. Dann haben wir hier Porträts zum Beispiel. Porträts, ja, sind ja Fotos, die sehr nah dran sind an Personen. Haben wir hier auch gut. Und so kann ich zum einen suchen nach verschiedenen Bildern. Ich habe aber auch die Möglichkeit, hier oben reinzugehen. Und zum Beispiel zu sagen, ich möchte mit einem Stichwort was finden. Ja, da kann ich jetzt hier, also das, was ich gerade eben quasi gemacht habe, könnte ich jetzt zum Beispiel auch hier nochmal machen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ungesättigte Fotos haben. Ja, dann fülle ich das jetzt hier einfach mal rein. Dann sehe ich auch hier oben 2203 Fotos, die Suchkriterien erfüllen. Vielleicht nehme ich noch dunkel mit rein. Dann bin ich noch bei 425 Bildern. Und jetzt starte ich einfach mal die Suche und schaue mal. Ja, hier haben wir dunkle Fotos, die relativ ungesättigt sind. Und so finde ich zum Beispiel auch ganz schnell wieder Bilder. Was ich aber noch machen kann, ich kann Gesichter finden. Und wenn du das Programm vielleicht schon als Exire Search kennst, also als das Lightroom Plugin, was ich mal auf meinem YouTube Kanal vorgestellt habe, dann wirst du diese Funktion auch schon kennen. Da konnte man auch schon nach Gesichtern suchen. Da konnte man zum Beispiel sagen, ich möchte ein Gesicht auf dem Foto haben, zwei Gesichter, mehrere Gesichter. Oh, das ist mir auch egal. Und dann kann ich hier auch suchen nach Baby oder Kind oder Teenager, Erwachsener, Senior. Also hier kann man auch das Alter dann quasi einstellen. Ich kann sagen, ob es männlich oder weiblich sein soll, ob die Person lächeln oder nicht lächeln soll. Also hier gibt es wirklich schon echt schöne Sachen. Ich würde jetzt hier einfach mal Porträt sagen. Dann Erwachsene, männlich und sie müssen lächeln. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich starte mal die Suche. Zack und schon haben wir hier männliche Personen, die lächeln, die quasi in Porträt-Modus aufgenommen worden sind, also von sehr nah dran. Und das funktioniert hier auch echt gut. Das sind alles männliche Personen, die hier lächeln. Hier ganz unten haben wir eine weibliche Person mit dabei, die lächelt. Okay, das soll vorkommen. Aber ansonsten haben wir hier durch die Suche schon sehr, sehr schnell sehr gut Ergebnisse, wo die männlichen Personen lächeln und sehr nah dran sind. Das ist also Exire Photo. Wir haben hier die Möglichkeit, mit diesem Programm alles automatisch analysieren zu lassen. Wir können aber auch natürlich die Stichwörter selber eintragen. Wir können sie wieder rauslöschen und dann ganz schnell hier aus einer Bilddatenbank von mehreren hunderttausend Fotos mir das Ganze entsprechend rauszusuchen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wozu brauche ich das denn eigentlich? Und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, bist du Hobbyfotograf, bist du Berufsfotograf. Ich zum Beispiel bin ja Berufsfotograf und ich werde dieses Programm in Zukunft zum Beispiel für meine Hochzeitsbilder nutzen. Denn jetzt mal so angenommen, ich fotografiere eine Hochzeit, da entstehen 2000 Bilder. Und dann habe ich eigentlich immer das Problem, ich werde erst einmal alle Bilder in Lightroom laden und dann muss ich ja meine Auswahl treffen. Und da fallen zum Beispiel am Anfang direkt mal die Bilder raus, wo die Augen zu sind von irgendeiner Person auf dem Foto. Die werden immer direkt gelöscht. Ja, aber wie toll ist denn das jetzt mit Exire Photo? Jetzt kann ich hier mir einfach alle Bilder erstmal rein importieren und kann dann direkt eine Suche starten, wo die Augen geschlossen sind zum Beispiel. Und dann lösche ich die Bilder einfach. Und erst dann geht es weiter in Lightroom. Und so vereinfacht sich mein Workflow einfach extrem. Bevor ich überhaupt die Bilder bearbeite schon, kann ich hier diese Auswahl treffen. Ich möchte keine Fotos drin haben, wo die Augen geschlossen sind. Die werden direkt gelöscht. Das kann ich natürlich dann auch immer noch kontrollieren, bevor ich es lösche. Aber grundsätzlich vereinfacht das mein Workflow zum Beispiel in der Hochzeitsfotografie unglaublich. Oder wenn ich auch einen Kunden habe, der aus meinem bestehenden Fundus an Fotos zum Beispiel von meinen Landschaftsfotos für eine Werbekampagne etwas sucht, dann kann ich ganz einfach in dieses Programm hier reingehen und sagen, okay, der Kunde möchte einen Sonnenuntergang haben, der möchte einen See und einen Berg drauf haben, vielleicht sogar einen Wasserfall. All das kann ich eingeben. Und schon kann ich ihm alle Fotos präsentieren, die ich in den letzten zehn Jahren geschossen habe, die auf diese Kriterien zutreffen. Und ansonsten müsste ich halt durch meine komplette Fotobibliothek immer rasseln und jedes einzelne Foto durchsuchen. So ist es jetzt wirklich ganz, ganz einfach. Das sind einfach mal so zwei kleine Case Studies, wo ich Exire Photo verwenden würde für. Aber vielleicht gibt es auch noch ganz andere, wo du es verwenden kannst. Also, falls du Interesse daran hast, dann schau dir das Programm einfach mal an und experimentiere damit mal ein bisschen rum. Es wird, glaube ich, noch viel zu sagen geben zu diesem Programm. Das heißt, wenn du Lust darauf hast, dass wir ein bisschen mehr dazu präsentieren, dass wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen in dieses Programm und wirklich die einzelnen Funktionen erklären, dann kannst du das gerne unten unter dem Video mal in einem Kommentar verfassen. Wir sind da sehr gespannt drauf. Ansonsten, wie gesagt, schau dir das Programm einfach mal selber an. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen zu dem Programm hast, poste sie einfach mal unten in die Kommentare. Und mich würde natürlich auch mal interessieren, ob du weitere Videos zu dem Programm sehen willst. Denn das war jetzt natürlich erstmal nur eine kleine Einführung. Ansonsten kannst du auf meinem Online-Storm mal vorbeischauen und natürlich auch bei Instagram. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.